Tut mir leid für Sie, dann muss ich selbst ins Kino gehen. Zum Glück läuft gerade mein Lieblingsfilm, Der Ottifantenmensch. Das ist nichts für dich. Nein, das ist nichts für schwache Nerven. Der Ottifantenmensch. Eine leidende Kreatur, hilflos der Willkür des Menschen ausgeliefert. Hier, willst du eine Nuss? Aha. Aha. Dann friss. Hunger, Hunger. Ich will nicht. Oh mein Gott. Ich brauche den Ottifantenmann. Und nun bin ich der Ferkelmann. Der Ferkelmann. Für Jugendliche nicht geeignet. Ihr wisst, ich sing für euch die ganze Nacht und ewig weiter. Doch nicht für Geld. Mein schönster Lohn ist, wenn ihr lacht und ihr seid heiter. Dann bin ich froh. Mehr brauche ich nicht. Das sag ich laut und frag euch leise. Mal im Ernst. Glaubt ihr das echt? Ihr habt ne Meise.